Halli hallo hallo und herzlich willkommen zu Lollipop Shane zur Killer Billy Folge und wir gucken mal was uns da erwartet wahrscheinlich, ich schätze mal ein komplett neues Level mit diesem gummischen Killer Billy als Endgegner, juhuuu. Wie ich mich gerade so derbest freue, wenn es so ist. Am geilsten wäre es, wenn es wirklich nur noch Killer Billy ist und dann ist fertig. Ja, Sensei. Wirklich, Nick? Der Todes unsere ganze Stadt ist in der Balance und du sollst mich nehmen? Ich habe nicht. Ich habe einfach gehört, du bist da drin. Es war der Wind oder so. Bitte, beide von euch. Juliette, du musst erst kurz zu Kirabiri. Aber be careful. Er ist, wie wir sagen, krankig. Ich sehe es schon anfliegen. Ich sehe es anfliegen. Da kommt das Nächste. Da kommt das Nächste. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Es geht weiter. Es geht weiter. Aha! Oh! Chainsawons! Ah! Oh! Toxic! Ah! Oh! Ah! Oh, Float! Ah! Ah! Da bin ich noch auf Killer-Billy, konzentrierend mit blöden Scheiß-Zombies. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ach so, hier ist es ja schon. Oh, hier ist es ja schon. So, ab geht die Luzi hier. Oh, shit, I've got the building is falling on us. Things are getting serious. Hallo. Oh, yeah. Oh, yeah, I have protected you. Leck mich doch am Arsch. Fängt das schon wieder an? Nimm mal diese Sterben. Der... Oh. 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 Ich brauche nämlich hier diese blonden Fisse um, desto länger kann ich den ähm... Die Dinge werden sehr ernsthaft. Ja, ja, ja... Ach, ich kriege sie. Juliette und Nick, ich bin ich wieder. Sieh diesen Weg da oben da oben. Sieh ihn zu diesem wunderschönen Killabilly. Ich wünsche euch eine Speciale Combo Nummer 5. Mit der Trie, Ecstasy, A.R.A. Naja, bla bla hier. Es ist halt Frau, die kam bei, dass besser war. Und ich kann kämpfen. Oh mein... Mann! Kann man hier auf die Flugzombies konzentrieren? Wenn die Jungs nicht angreifen... Wenn die Jungs nicht angreifen... Ja, nicht. Ja, nicht nöotros. Also, b Another! unfassbar unfassbar so kommt mir erst achso kann ich nicht so voll so schön ich bin total heiß auf killer billy und was geht bei euch da draußen ich versuche es noch einmal ich liebe euch als ich liebe cheeseburger oh 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 good zombies that shoot laser beams out of their eyes yeah i felt like something was missing i'll try to use something as a shield and get closer what else have you killed leprechauns i killed a whole tribe of frankenberries once frankenberry from like the cereal that is total propaganda to get you to trust them so delicious so delicious so delicious so delicious will so please put just will control it block and oh Was ist das? 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 Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe nicht so weit in meinem Training erreicht. Es wird alles okay sein. Es wird alles okay sein. Das kann passieren. Der und seinen fucking scheiß Laser strahlt die ganze Zeit. Gebt mir viel auf den Zünder. Ja, ja, ja. Okay, zu schade. Ab da. 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 Ab. Ab da. Oh, bitch! Shit, another fucking building! I don't know if I... I haven't gotten as far in my training. It's gonna be okay. Just... just listen. Keep doing what you've been doing. Okay. I wonder what they have. I wonder what they have. Well... Go! Go! Oh! Oh! Es wird übrigens bestimmt wieder eine längere Folge, so wie die letzte, so bestimmt so eine halbe Stunde, Stunde... Also Stunde würde ich jetzt nicht sagen, aber halbe kommt bestimmt gut hin. Weil so in den nächsten, äh, ich schätze mal sechs Minuten schaffe ich den nicht. Aber es ist auch nicht so witzig. Okay, das ist... Oh, okay. Oh, okay, Julia! Blame! Oh, oh! 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 Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Don't leave me alone. Wir müssen nachdenken. Das ist nicht möglich. Er ist zu stark. Stronger. Wir müssen nachdenken. Ich frage mich gerade, was ich dir so voranstellen soll. So, was? Oh, oder was? Ich frage mich. 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 Der Schüler versucht mich mehr als Vater O'Malley zu holen. Ich frage mich. 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 Mein Fress. Mann, nimm die Hand weg, du Arsch. Ah. Winder. Spucken. Spucken. Spucken Sie. Spucken Sie. Ich frage mich. Spucken Sie. Spucken Sie. Spucken Sie, nicht. Ich kann nicht sehen! Der Mann versucht mich zu holen, als Father O'Malley zu holen! Ich kann nicht sehen! Starbeam! Where are you, Julian? Treffer! Gah! 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 O-man! Gah! 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 Juliette, du kannst es! Stop moving! Game solved! Blaster! Gah! 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 stroke jumping on his body! Gah! Gah! Stop moving! Alter Falter! Wenn er nicht immer so lange dauern würde, dass er seine Zunge rausbringt. Lass mich raten, gleich holt er ein Auto und dann kommen wir wieder zu irgendwelchen komischen Zombies. Versuch auf sein Körper! Geh, dammit! Ja, ist ja schön. Schreck deine Zunge raus. Ey, das zieht so kaum Energie ab. Alter, was geht denn hier kaputt gerade? Alter. 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 Das ist nicht möglich, er ist zu stark! Ah ja! Oh Oh Please God help me Jesus Christ This isn't possible, he's too strong Oh Der hat nicht mehr viel Wir müssen wir theoretisch gleich zumindest das erste Mal haben Man, fuck Was ist das denn für ein Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ey, da drückt man die richtige Taste und das funktioniert nicht, oder was? Und ich lasse mich raten, ich darf den wieder von ganz... Ey, Leute, das geht... Gibt's doch nicht, oder? Ey, da macht man die ganze Zeit den ganzen Scheiß und was passiert? Man stirbt und man versteht's nicht. Egal, wir versuchen's in der nächsten Folge noch einmal, bis dahin, ciao!